legten wir zurück, ohne viel zu reden. Ja, anscheinend. Achso, das ist eine Erzählung. Doch ich wusste auch so, was in John vor sich ging. Er war so aufgeregt wie ein Kind an Heiligabend. Er hatte Mühe, still zu sitzen. Das gefiel mir an ihm. Seine Einsatzbereitschaft, seine Leidenschaft, seine Energie. In solchen Momenten wurde mir bewusst, dass wir beide, ich und er, für das geboren worden, was wir hier taten. Das fühlte sich einfach alles so richtig an. Du bist am Steuer. Ja, mein Auto steht ja hier auch perfekt, so wie es sich dann gehört. Mach auf. Mach nicht auf. Wieder hat es halt da. Mach auf. Die geht wieder in den nächsten Raum, ohne hier erstmal alle zu checken. Was ja das ist. Mir hat das ausgesehen hier wie ein Wand. Wie ein Wand. Wie ein Wand. Polizei, schreibe deine Waffe. Geh runter. Hands up. Hand up. Ah, wo ist mein Backup? Stopp. Du bist hier einfach hingegangen. Direkt neu starten. Mach auf. Ich hab keine niedrige Ball, ne? Das hast du gar nicht mitgenommen. Nee, komm. Get down now. Nicht hinterher rennen. Oh, was? Ich hab nicht gesagt. Nicht hinterher rennen. Digga, du bist hier nur der Co-Cop, Alter. Ich geb das Kommando. Hier auf. Hallo, du bist jünger als ich, ja? Ja, trotzdem mal mehr Erfahrung im Polizeiwesen. Ja, also nicht. Du kommst vom anderen Revier. Ich bin hier schon die ganze Zeit. Ja, ich bin Ausbilder. Nicht hinterher rennen. Get down. Hands up. Geh mal hier rein. Mhm. Geh mal rein? Mhm. Get down now! Mann, ey, das ist so schlecht. Ich war eigentlich schon längst so schlecht dran. Das ist so schlecht von dir. Get down. Hands in the air. Get down now. Oh, Gott. Das ist halt wegen deinem Versagen. Du musst halt auch mal ein bisschen schneller zugreifen. Das... Mann! Was ist denn das? Ich steh doch vor ihm. Er hat die Waffe gehoben. Get down. So, konzentrier dich jetzt mal hier. Meine Fresse. Ich geb die Kommandos. Drei, zwei, eins, rein. Oben checken. Er hat ne Waffe. Get down now. Oh, was ist denn das? Mann, Claudi, der hat doch noch nie mal ne Waffe gezogen. Sind die nicht auf... Machst hier keine MP? Ja, er hat uns die Geisel erschossen. Er war doch keine Geisel. Er hat ja auch kein Scheiß. Hands up. Police, drop your weapon. So, mit Niederschlag kann man den auch töten. Okay. Wollte ich mal probieren. Police, drop your weapon. Put your hands up. Get down. Put your hands up. Put your hands up. On the ground now. Get down. Put your hands up. Put your hands up. schaffst du den raum alleine er ist so macht man zugriff kasten stahl manier uns von unten rein pürschen oder von der seite wir können aber ich habe ja ich schmeiß von hier in den fleisch rein okay kann ich kann die kann ich nicht öffnen ja gut dann lasst uns hier einfach reingehen wach auf okay ich werfe unter wenn das kein A ist dann weiß ich aber auch nicht was nur ein B warum nur ein B warum nur ein B das war eindeutig ein A das war eindeutig ein A also so ein S eigentlich in diesen unterlagen steht dass die Ware in diesem Lagerhaus Stone Roberts gehört einer der größten Waffenhersteller und Händler im ganzen Land wir haben Verdächtiger mit dem FAB dem CIA der Armee zahlreichen Söldenagenturen Verträge fallen Teufel auch ich glaube auch unser Revier hat was von deren Kram toll wir haben eine Ratte im Revier weißt du was komisch ist wenn diese unter anderem korrekt sind dann dann gibt es hier tonnenweise Sprengstoff oh schau dir mal die Ordner hier an zeitgesteuert sitzt den Vierspringsatz des Thema hier ist genug um etwa 100 Bomben zu bauen warum sollten die so viel klingelingeling 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 ich geh ran wir sollten den Anruf zurückverfolgen gute Idee Johnny Ball lass mich nur eben die Peilausrüstung holen ach stimmt ja die habe ich gerade nicht dabei weil wir ja du weißt schon nicht bei den bei einer Fernsehserie sind hm war mir schon klar egal ich geh ran klick hey wir sind gleich bei den äh Stannis äh Zewsgieser aus seid ihr mit der Fracht fertig ich äh ja ja alles fertig hm Moment mal Karl bist du das ja ich bin's Karl klingt aber nicht nach Karl wer ist da er stickte lauter wollen scheiße ich wisst die haben aufgelegt das war Oscar Reif Karl haben die was gesagt ja was über Stannis Lezgi Stannis Zewsgi was Kevin Stannis Zewsgi ein junger Regisseur der kommende Star der Primrose Studios Primrose Studios und ein ein Typ der jede Menge Leute kennt fährliche Leute wie auch immer kann es sein dass ich weiß wohin wir wollen steigenden Wagen mein Handy klingelt ich habe da so ein Gefühl dass uns nicht viel Zeit bleibt jeder kurz ran ja Freunde aber Mission 2 auch erfolgreich absolviert ähm war ja jetzt nicht sonderlich schwierig hätte ich viele Gemälde gehabt dann hätten wir das auch schon beim ersten Mal geschafft aber naja naja lag halt stellenweise halt an Claudi na muss man einfach ganz klar so sagen es ist geil dass unter meinem Kamera ein Opfer steht wie geht's die Wüstenschlange du warst aber auch kein Profi ey 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 das Bunker ja mir geht's gut abschließend mein Gespräch bestanden ja Glückwunsch Mensch Glückwunsch also ich fand mich schon stark Bunker also wenn du jetzt sagst ich war scheiße dann so Entschuldigung nicht zu fahr äh schöne Grüße von Mutter hallo Mutter ja die ist schon wieder weg achso na gut dann nur keinen schönen vor allem am Telefon so dann äh ungebetene Gäste was ja die dritte Mission so Ausrüstung äh besprechen wir haben wieder 8 Verdächtige und 3 Zivilisten Schwierigkeitsgrad 3,5 äh ok schwierig ok zentrale erst ein Angriff auf ein Lagerhaus voller Sprengstoff und jetzt vielleicht noch eine Geiselnahme ihr Jungs wisst was ihr heute noch zu tun habt Kevin Staszewski ist der aktuelle Shootingstar der heimischen Filmindustrie also sorgt dafür dass er am Leben bleibt denk dran dass er in einem ziemlich nobelen Viertel lebt und beschränkt die Ballerei auf ein Minimum also das gilt für dich sonst gibt's schlechte Publicity achso warum wir dürfen nicht schießen was sagst du mir das jetzt ähm keine Ahnung was nimmst du mit dem Pfefferspray mit den Blendgranaten mit und ein Medikit dann nehme ich Dietrich Set mit und ja Pfefferspray würde ich aber schon mitnehmen oder sachliche Hinweise zu bekommen ohne dem zielbleibende Schäden zuzufügen oder kann man Dings hier noch verhören das ist gut ach der fand mich gut eben du hast perfekt ja das meine ich ja dann nehme ich Pfefferspray auch noch mitkommen Klopf klopf Evan Staniszewski hier spricht die Polizei aufmachen komisch als wenn jemand da ja das ist allerdings komisch Moment mal runter bist du verletzt toller die Jungs schießen erst und fragen später bist du bereit ja bringen wir es hinter uns ein oder waren wenn wir dann hier reingekommen sag mal ich hab Aua okay hör auf auf mich zu sprühen Mann ja soll ich denn wenn die Pfefferspray so dicht rankommen alter ne der Pfefferspray ist wenn wenn wir jemanden hier festgenommen haben um den zu verhören da rechts ist einer er hat seine eigene nachschossen okay ich wollte nochmal testen ich wollte nochmal testen ach ich hab mir kein Dietrich bei oh warte okay jetzt strengen wir uns aber jetzt sind wir voll Fokus hier sind die Blatt roten Schuhe abgenommen Mann schieß doch mal was ist denn mit dir ey wirklich was ist denn mit dir musst du mal aufmachen denn also keine Ahnung wenn du siehst er zieht eine Waffe und zieht auf mich dann kannst du feuern er war renter der Kurve nicht gesehen hier rein zuerst geh runter oder erst hoch boah das war aber nicht net der Otto eben der Typ der der cheater hat aufgegeben nur aufhin gewogen man claudi ich hab nichts gemacht ich hab einen Shotgang abgekommen get down hands in the air meine fresse lass uns mal mit ein bisschen blendgranaten nutzen gleich warte ich mach eine blendgranate oder oder spray die die kannst erst verhören klappt das bei dem Dienst stand dabei dass man eigentlich Verdächtiger verhören kann vielleicht funktioniert das bei den Geiseln wie soll das funktionieren viele hübsige kein act die das nicht hat die 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 Das hier? Bereit? Offen? Kann ich reinwerfen? Mhm. Hast du noch einer? Eine hab ich noch, ja. Geh jetzt! Geh jetzt! Haben wir noch was? Nee. Mach weiter! Oh, der hat eine Geisel erschossen. Wir müssen das noch mal machen, oder? Da ist noch ein PYS-Dings. D+. Das ist also, sorry, das ist nicht unser Anspruch. Ja, das müssen wir neu starten. Das ist nicht unser Anspruch. Das ist nicht unser Anspruch. Det ist alles, als ich das lange schreitze. Wir werden hier an, als ich das nicht nachdenke. Okay. Da ist natürlich nicht unser Anspruch. Das war's! Die Kälte ist nicht unser Anspruch. Der geht. Ich bin blind, der hat eine Geisel erschossen. Aber was ist denn das? Guck mal links oben. Das sind drei Balken, einer davon ist verletzt. Kann man den wieder? Vielleicht wiederzunehmen? Ne, oder? Ne, ich glaube nicht. Was? Bin ich totes? Auf dem Boden, jetzt! Kann man den raus springen? Geh! Ich glaube nicht. Der ist mir reingelaufen. Wir haben hier den erschossen, obwohl er schon aufgegeben hatte hier. Minuspunkte. Die Leute in einen Raum, Alter. Wäre cool, wenn man aufs Fenster krabbeln könnte. Dann könntest du die aus dem Window holen. Warte, ich mache einen Slash. Links, rechts, links. Na gut. Gut. Es ändert sich ja immer. Er rennt. Er wird wahrscheinlich ja abaimt. Warte, ich mache einen Slash. Mann, dass ich den nicht treffe, denn ey. Ich bin halt einfach ein Kartoffel-Aimer. Da oben ist gar keiner. So ganz. Auf dem Boden, jetzt! Mir ist oben clean. Ich verstehe es nicht. Gut, gehen wir erst hier rein, oder? Flash? Flash? Ach. Hm. Get down now! No! Mann, Mann, schief. So, eine alte Drecksau, Alter. War aber eigentlich ganz guter Teil. Müsst du auch machen. Ich muss das richtig gerne in die Hände nehmen. Warte, Flash wieder, oder? Warte, Flash wieder, oder? Ja, na klar. So schnell komme ich doch gar nicht ran. So schnell gehen. So schnell gehen. Schrei gehen, oder? So schnell gehen. 3, 2, 1, los. 3, 2, 1, los. mit flash oder ohne ich hab keine mehr ich hab noch eine drei dass die immer direkt in die geiserer schießen müssen ich weiß aber nicht warum 2 1 aber ich verstehe nicht warum da drei balken um sind ich schieße gegen das bett oder wie wirklich 3 2 1 go Bei mir ist es 4 Get down Get down now Get down Ich geh mir S4 rein, oder? Fertig? Noch auf? Nicht auf? Warte, ich mach auf Keine, dass du mich erschossen hast Entschuldigung Du musst deine Tür denn schon decken? Die sind mit dir Get down now Also rechts und links ist auf jeden Fall jemand Oh warte, da kommt einer Get down now Hey, hau ihn Mann, weil ich nachgeladen hab Echt, Affe Get down now What? Und, go On the ground now Du hast den Zivilisten getötet Äh, nein Hab gar nicht geschossen, Alter Da hat der andere getötet Ja, hat beide Zivilisten getötet Ja, toll Get down Get down Naja, versuchen wir's trotzdem, oder? Ja, ist ja schon Minus Get down now Nein Aber hat dieser, dieser Kackverhör, die nicht funktioniert? Wollen wir mal die Seite wechseln? Hm, können wir mal machen Okay, und, go Wie viel geil sind hast du? Eine Wir sind hier noch, wo wir jetzt schon vermuten, hier ist eine drinne Okay Versuch mal aufzumachen Wow, really Soll man denn das machen? Ich sag ja, das wäre cool, wenn man raus jumpen könnte Stand down, go Und von vorne, irgendwie vielleicht raus? Get down now Get down now 3 3, 2, 1 Hinter mir einer raus, ey Ich glaub, du kannst noch mal vorne Mann Ich glaub, du kannst noch mal vorne raus Ja, gleich mal gucken Was? Hä? Der ist so bald, du nicht sehen Schieße die Und, go Und, go Get down On the ground now Betty kommt dann noch raus Ja, gut On the ground now Police, drop your weapons Und, go Und, go Man, Amy ging die Tür Nee, es ist halt Tatsache, geil Also, es sieht einfach aus, Tatsache zu bist Ja, der rennt, der steht wieder hier close on the counter Muss den oben haben, oder? Man, Claudi Ich wollte grad den Let's go Du musst mich schon decken Ich kann nicht anruf machen Get down, police Drop your weapon Die Sau, ey Jetzt ergibt sich die Sau Oh, mein, das sieht jetzt auch mal zu ist, ey Das sieht jetzt auch mal zu ist, ey Go 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 Heads up Go Man drückt immer nur einmalig, Lappen Get down, hands in the air Okay, jetzt close links Ich dachte, der hat seine Zigarette angekriegt Danke, wir schaffen zwei Level gefühlt Get down Er hat angefangen Okay, warte Du musst mich hier vorne aufmachen Der andere weg Oh, mich hat's rausgehauen, warte mal Ja, mich hat's rausgehauen Kann ich nochmal entsteigen? Äh, was ich nicht, geh mal ins Hauptmenü Das ist schwieriger als ich gedacht hab Was? Das ist schwieriger als ich gedacht hab Ja, ist nicht, also Wenn man natürlich dann halt auch Ne ganz gute Leistung haben will Dann ist das gar nicht so einfach Dann stimmt schon